Hi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Update-Video hier auf meinem YouTube-Kanal. Erstmal einen wunderschönen guten Mittag in die Runde. Ich hoffe, euch eingeht's gut. Ihr seid alle gut in diesen Tag reingekommen. Momentan traden wir ungefähr 20.500 US-Dollar. Ja, es sind schon wieder Weihnachten. Wir sind gestern wie blöde gepumpt und anscheinend hat der Pump noch sein Ende nicht wirklich gefunden. Wieso, weshalb, warum? Schauen wir uns auf jeden Fall im heutigen Update-Video an. Ansonsten, bevor wir starten, lasst dem Video gerne ein Like da, abonniert den Kanal, um nichts mehr zu verpassen. Lasst auch gerne einen Kommentar unten für den Algo da und dann kommt auch gerne in die Telegram-Gruppe, wenn ihr Bock habt. Link unten wie immer in der Videobeschreibung. Jetzt würde ich sagen, starten wir durch. Wie gesagt, 20.500 US-Dollar. Wir scheinen hier gerade ein kleines Rising Wedge zu bilden. Auf dem 1-Stunden-Timeframe ist zwar noch ein bisschen vage, aber trotzdem habe ich es schon mal eingezeichnet für ein mögliches Top, welches wir möglicherweise am heutigen Tag sogar noch bilden könnten. Aber was ist jetzt im Endeffekt passiert seit gestern? Im Endeffekt, der Häusermarkt, also nochmal schlechter als erwartet, sowieso ein bisschen performt. Und dann gucken wir mal ganz kurz auf den DXY und der ist nämlich ordentlich nach unten gegangen nach diesen Zahlen. Außerdem waren die Verbraucherwerte jetzt nicht unbedingt positiv zu werten. Wir hatten dann so einen kleinen Zwischenstopp hier bei 110 Punkten und sind dann nochmal deutlich, deutlich nach unten hin gefallen. Auf unseren Up-Trend, welcher aber auch schon ewig und zwar seit 11. oder 14. Februar aktiv ist. Und da hatten wir jetzt unseren kleinen Bounce. Das könnte jetzt zumindest vorübergehend für die Märkte wieder so ein kleines Minus bedeuten. Trotzdem hatten wir jetzt erst einmal einen größeren Up-Verkauf, was das hier anbelangt. Also DXY schwächelt deutlich, hat aber jetzt erst einmal Support gefunden. Könnte jetzt natürlich erstmal bedeuten, dass wir hier nochmal in den Bereich der 111 Punkte hochkommen, weil auch hier der Pivot liegt und die EMA-Ribbons, aber danach würde ich jetzt in solchen Indizes jetzt eher weniger gehen. Aber das war eigentlich so der Hauptgrund, warum die Indizes und auch Krypto deutlich nach oben gepumpt sind. Also Short-Möglichkeiten gab es gestern fast keine mehr. Wir sind ununterbrochen, haben hier jeglichen Widerstand bei 20.000, bei 20.500 rausgenommen. Und jetzt konsolidieren wir eben in diesem Bereich. Was jetzt aber ganz, ganz spannend ist. Also wir hatten gestern unseren Trend hier nochmal bestätigt. Danach ging es dann steil nach oben. Und jetzt schauen wir mal an, wo könnte der Pump denn enden. Also jetzt mal FIP gezogen von unserem damals Inflations-, beziehungsweise wo die Inflationsdaten rauskamen. Nach dem Abverkauf bis zu unserem Low bei 18.000 US-Dollar hätten wir jetzt auf jeden Fall kurzfristig noch Luft in dem Bereich der 20.900 bis sogar 21.200 US-Dollar. Da liegt das Golden Pocket. Was aber hier ein bisschen gefährlich ist. Wir haben zwar einerseits hier eine Ineffizienz, die noch gefüllt werden müsste. Heißt auch hier genau am 0.65er würde diese Ineffizienz enden. Aber wir haben darüber noch eben diesen krassen Abverkauf von damals. Das heißt, theoretisch hätten wir sogar Luft bis 22.000 US-Dollar. Mag ich jetzt aber ehrlich gesagt nicht zu bezweifeln. Wir sehen zumindest auf dem 4-Stunden-Chart abnehmendes Volumen. Aber es ist immer noch sehr, sehr hohes Volumen. Das heißt jetzt nicht, dass hier schon der Trend deutlich abkühlt. Aber wir haben jetzt den zweiten Peak mit etwas weniger Volumen gesehen. Jetzt gehen wir nochmal in den 1-Stunden-Chart. Einfach um dieses Rising-Redge hier nochmal zu vervollständigen. Und da seht ihr, auf dem 1-Stunden-Chart war sogar das Volumen nochmal deutlich höher. Auf 4-Stunden-Sicht etwas geringer, aber auf dem 1-Stunden-Chart nochmal deutlich, deutlich höher. Und das ist so ein Zeichen für mich, warum ich noch nicht wirklich in einen Short reingehen möchte. Klar, die Bearish Divergence haben wir. Aber wir könnten noch einen letzten Peak eben hier hoch haben in das Golden Pocket. Vielleicht sogar die Ineffizienz mit so einem kleinen Fake-Out über dieses Rising-Redge, welches sich momentan bildet. Und dann erst möglicherweise eben diese Trendwende zumindest in dem Bereich der 19.800 bis 19.600. Warum in diesem Bereich? Schauen wir uns jetzt auch an. Ich mache das FIP-Level mal ganz kurz weg. Wir ziehen uns ein neues FIP-Level. Und zwar, wo der Pump begonnen hat, bis hoch zu unserem jetzigen Hoch in Anführungszeichen. Also da ein bisschen drauf aufpassen. Bis zu unserem jetzigen Hoch. Warte, ich muss hier noch ganz kurz das FIP-Level nochmal ganz kurz ändern, weil das hat jetzt nicht gepasst. So, bis zu unserem Tief. So, und da würde es ungefähr liegen bei 19.700 US-Dollar. Das heißt, wir haben Luft bis hier runter. Würde fast den ganzen Pump wiederum auffüllen, was aber jetzt nicht schlecht wäre. Außerdem lag hier in diesem Bereich ewig viel Widerstand. Das heißt, hier in diesem Bereich, wo auch dann das FIP-Level liegt, war vorher immer Widerstand und könnte nun zu Support flippen. Und dann im Endeffekt, Elliot-Waiver-Theorie, sage ich mal, eine neue Welle, sage ich mal, nach oben hinkommen. Das wäre jetzt so momentan mein Wunschszenario, was ich auch momentan sogar am wahrscheinlichsten halte. Je nachdem, wie es jetzt eben hier ausgeht mit diesem Rising Wedge. Momentan sieht es gut aus, dass wir hier noch ein bisschen Puffer nach oben hin haben. Das heißt, wir könnten diese Rising Wedge noch ein bisschen nach oben hin bilden. Und dann halt eben in dieses eingezeichnete Golden Pocket, beziehungsweise in diese Ineffizienz hier bei maximal 21.100 US-Dollar kommen. Hier natürlich dann wäre ein schönes Retracement mit einem möglichen Short-Impuls nach unten. Eben in dieses Golden Pocket müssen wir dann natürlich neu ziehen. Also Golden Pocket verändert sich dann schon ein bisschen, würde dann im Bereich der 19.800 liegen. Aber grob geschätzt ändert sich so an dieser Range wenig. Außerdem haben wir natürlich hier auch noch ein paar Vector Candles, die ich jetzt nicht unbedingt einzeichne, aber ihr wisst Bescheid. Vector Candles hier in diesem Bereich bis sogar 19.400 US-Dollar. Das heißt, wir haben so eine Range zwischen 19.800 und 19.400 US-Dollar, die auf jeden Fall nochmal angelaufen werden könnte. Und sollten wir danach wirklich weiterhin höhere hoch sehen und wirklich einen Trend intakt kommen. Momentan ist der Trend intakt, aber sollte ein größerer Trend kommen, hätten wir sogar maximal Luft bis 23.300 US-Dollar. Aber Leute, ruhig bleiben. Wir hatten jetzt mal einen Tag Pump. Gesamtmäßig hat sich nichts geändert. Wir sind weiterhin eben in dieser Seitwärts-Range zwischen 18.000 und ich sage jetzt mal hochgeschätzt 25.000. Ein bisschen niedriger geschätzt einfach mal hier diesen Bereich 23.000 US-Dollar. Aber es hat sich an sich nichts geändert. Also ruhig bleiben, nicht hier schon in FOMO verfallen oder sonstiges. Wir hatten lange genug Zeit in diesem Bereich zu kaufen. Und ich schließe es weiterhin nicht aus, dass wir nochmal diesen Bereich von 18.000 oder sogar 17.500 sehen. Nur weil wir jetzt einen Tag gepumpt sind. Ich sehe dem Ganzen ein bisschen optimistischer Mitte November zu. Aber ich glaube, dazu werde ich einfach nochmal ein gesondertes Video machen. Aber meine Meinung jetzt dazu. Dann schauen wir uns Ethereum mal. Auch Ethereum deutlich nach oben gestoßen gestern. Also wir sind hier zwischenzeitlich sogar bei 1560 US-Dollar gewesen. Ineffizienz wurde gefüllt fast auf den Dollar genau. Also minimal sogar noch ein bisschen drüber. Aber auch hier könnte sich dann das erste Retracement im Endeffekt eindeuten oder einzeichnen. Je nachdem. Müssen wir auch mal ein bisschen drauf achten. Hier habe ich das Rising Red schon nicht eingezeichnet. Aber könnte auch hier relativ solide eingezeichnet werden. Man sieht es hier schon ganz gut. Also die Möglichkeit bestünde auch hier, dass wir dann so langsam einen Trendbruch sehen. Volumen trotzdem noch sehr, sehr hoch. Also ich würde mir hier wirklich nochmal so ein letztes Retracement nochmal ein bisschen höher wünschen. Um dann, sage ich mal, einen Abverkauf zu sehen. Wir schauen uns jetzt hier mal auch noch ganz kurz den Daily Chart an. Um einfach auch mal hier noch ein kleines FIP-Level zu ziehen. Damit ihr auch mal ein Bild davon habt, was jetzt hier möglicherweise noch für Widerstände kommt. Und da sehen wir so ungefähr bei 1707 haben wir auf jeden Fall schon mal das übergeordnete Golden Pocket. Jetzt gehen wir bis zu dem kleineren Abverkauf. Und da befinden wir uns direkt bei 1590 US-Dollar im Golden Pocket. Also das heißt, wir haben auch hier mit dem möglichen Rising Wedge die Möglichkeit, ins Golden Pocket hier oben reinzukommen. Genauso wie bei Bitcoin. Also die Charts ähneln sich sehr. Aber Ethereum hat deutlich nochmal aufgeholt. Aber das wäre jetzt einfach so das Wunschszenario. Wir gehen hier nochmal ein bisschen höher in das Golden Pocket. Brechen dann eben dieses Rising Wedge. Und gehen dann möglicherweise nochmal in den Bereich der 1370 US-Dollar. Einfach dieser Bereich, wo vorher die ganze Zeit Widerstand war, würden wir jetzt eben nochmal als Support bestätigen. Und dann eben neuer Impuls nach oben. Und dann müssen wir schauen, wie hoch es geht. Aber das wäre auch ein möglicher neuer Long-Einstieg für mich. Meine Positionen sind jetzt alle zu. Ich orientiere mich jetzt kurzfristig erst einmal short, bevor dann möglicherweise neue Long-Positionen eröffnet werden. Dann könnte ich mich selber steinigen. Ganz ehrlich, ich habe es am Freitag oder Samstag, habe ich es im Video noch angesprochen, Cardano absolut am Übertreiben. Wir hatten hier am Wochenende drüber gesprochen. Falling Wedge, 4 Stunden Bullish Divergence. Volumen nimmt immer weiter ab. Ja, hätte man einfach nur, oder hätte ich vielleicht mal auf meine eigene Analyse hören sollen, könnte ich echt im Strahl kotzen. Ich sage es euch, Leute. Also das hat mich richtig abgefuckt gestern. Wir hatten dann von unserem Tief bis nach ganz oben einen 30% Pump. Aus dem Nichts. Mittlerweile hat es sich wieder ein bisschen stabilisiert. Aber trotzdem, Bereiche, die ich jetzt im Auge behalten werde, ist auf jeden Fall dieser Bereich. Am 0,36 sollten wir nochmal runterkommen. Weil einfach hier der Pump begonnen hat. Wir haben auch hier eine sehr, sehr große Ineffizienz natürlich ausgebildet. Die könnte früher oder später noch geholt werden. Jetzt schauen wir uns dazu gleich nochmal das FIP-Level an. Und da seht ihr auch, das FIP, also das Golden Pocket, liegt genau auch in diesem Bereich der Ineffizienz. Beziehungsweise wo der Pump begonnen hat. Also die logische Folge im Endeffekt ist auch immer so, dass wir dann wiederum das FIP-Level nach unten hin testen. Die Long-Orders vielleicht hier möglicherweise wieder killen. Und dann eben das Gegengesetzte wieder mit den Shorts. Also es sieht momentan alles relativ bullisch aus. So auf den kleineren Timeframes, auf den größeren hat sich fundamental nichts geändert. Wir haben weiterhin im Endeffekt eine riesige Seitwärts-Range. Wir pumpen jetzt zwar mal ein bisschen, sind aber dafür bei Cardano auch zuletzt extrem, extrem gefallen. Also haben wir immer wieder drüber gesprochen. Also hier trotzdem mal im Auge behalten, dass wir hier auf jeden Fall nochmal in den Bereich der 36 oder 37 US-Dollar-Cent runterkommen könnten. Ansonsten Polkadot auch extrem gepumpt. Auch hier Fehler unterlaufen. Adam & Eve Pattern, was sich hier wunderschön ausgebildet hat. So wie damals bei Cardano vor ein paar Monaten. Ja, man sollte vielleicht nicht immer nur in den kleineren Timeframes gucken. Auch mal so ein bisschen das Große und Ganze. Aber trotzdem lässt sich jetzt nicht ändern. Aber auch hier im Endeffekt gleiches Spiel. Könnten wir hier nochmal in diesem Bereich der knapp 6 Dollar einfach runterkommen. Wo wir im Endeffekt dann nochmal einen Retest sehen könnten. Ja, das war es im Endeffekt zu den Charts. Wenn ihr noch irgendwelche Altcoins euch an... Oder wenn ich irgendwelche Altcoins noch analysieren soll, schreibt es unten gerne in die Kommentare rein. Würde ich mich auf jeden Fall drüber freuen. Ansonsten schauen wir uns auch ganz kurz die News an für Ripple. Guten News für Ripple. Ein XRP-Update. Geht ja immer noch hin und her. Trotzdem, die bullischen News nehmen immer weiter zu. Auch bei Ripple. Gerne mal durchlesen. Bei CryptoGuru ist der Artikel online. Ich werde ihn später noch in die Talk-Gruppe reinposten bei uns. Und ansonsten würde ich sagen, hören wir uns auf jeden Fall dann morgen Vormittag, Mittag wieder. Morgen Abend dann um 19 Uhr Livestream. Wie gesagt, lasst dem Video gerne ein Like da. Abonniert den Kanal. Kommt gerne in die Talk-Gruppe. Würde ich mich darüber freuen. Ansonsten, schönen Nachmittag euch noch. Wir hören uns morgen wieder. Zweimal dann sogar. Bis dahin. Ciao, ciao. Und wie immer. Stay Crypto.